Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nuklear Frown, meine lieben Frown, ich bin euer Deater Kay. Und ja, wir machen einfach mal, ich hab natürlich nicht geübt, mach einfach mal einen Run. Oh, wir nehmen Melting, den hab ich anscheinend freigespielt. Wie viel Leben hatte ich? Oh, ich hab nur zwei Leben, das ist sinnlos. Ich komm ja nie weit. Okay, vielleicht nehmen wir dann doch wieder einen anderen Charakter her, weil noch weniger Leben, fahrst mich nicht. Was hat der eigentlich für eine Ability? Ich wurde getroffen? Wovon? Komm schon. Die nehm ich mit. Warte mal. Oh. Geiler Scheiß. Was ist das? Shotgun. Shotgun. Nein, 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 nein. Oh, ich bin doch da oben hin. Bullshit. Level up. Na, na, na. Cool HP and some ammo. Okay. Extra chest. Touching attack damage. Ich würd gern die extra chest nehmen. Okay, wir nehmen erstmal wieder die dann. Ich denke, ich denke, wir können heute den Boss mal packen. Ja, da hätte ich schon Bock drauf. Bam. Okay. Bam. Okay. Äh, ja. Hm. Ah. Laserpistole. Muss ich auch mal ausprobieren. Piu. Ah. Piu, 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 piu. Piu. Alter, ich hab Piu gesagt. Das heißt, du musst umfallen. Dankeschön. Ah. Habe mir von Bummen gemacht. Alter, der Charakter ist ziemlich cool. Energy. Heißt das, ich krieg jetzt vorrangig Energie? Holz. Frostbomb. Ah, weil mit den Waffen. So wie ich's da hab, komm ich wahrscheinlich nicht weit. Das ist mit so der Munition. Naja, wenn nicht, wir können ja später immer noch wechseln, sag ich mal. Bam. Bam, 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 bam. Okay. Habe ich mal gelevelt. Yay. Weiß immer noch nicht, wo die das Level ab dran festmachen. Homing Bulls. Enemy Bullets. Slower Enemy Bullets. Deal more damage. Was? Most... Most hit. Bullets become ammo. Jetzt sagen wir dem das da. Weil wir haben ja eh grad ne Laserwaffe. Können wir auch vielleicht mehr Schaden damit machen. Ganz toll. Hat er gut gemacht. Ne. Ja, ich wollte grad sagen, wir nehmen an der Charakter. Egal. Machen wir's nochmal mit dem. Ich meine, als würde ich lange überleben. Ach, kommt schon. Bam. So, hier haben wir ne Slugger. Das sieht gut aus. Bam. In your face. Oh. Shit. Das ist kacke, dass das Ding uns einfach so erscheint, sag ich mal. Komm. Ah. Genau das wollte ich. Wollte ich ehrlich. Wollte ich wirklich, meine ich. Warum? Stirb einfach. Stirb. Okay. So, was haben wir hier? Disc Gun. Was ist denn das? Ah, ich mag sowas nicht so. Alles ganz easy bis jetzt. Bam. Ich bin gespannt, ob wir es diesmal bis zum Boss schaffen. Boah. Und ob wir es vielleicht mal schaffen, den Boss zu killen. Das wäre interessant. Denkt ihr nicht? Ich finde es interessant. Okay. Wo ist das Portal? Drüben? Ja. Hallo Portal. Hallo. Okay. Okay. Selected Mutation. Level Up. Blablabla. Less Enemy HP. Extra Tests. Bounce further. Ah, das ist jetzt schwer. Wollen wir, dass die Gegner weniger Leben haben? Oder wollen wir mehr Extra Chesses? Hm. Ich bin dafür, dass die Gegner weniger Leben haben. Denke ich. Das heißt, ich kann jetzt mit einem Schuss killen. Was haben wir noch? Ah. Ich zerb alle. Ich bin die Moni. Nein. Wo, wo, wo? Na, da unten. Okay, 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 okay. Wir müssen erstmal irgendwo lang gehen. Ah. Vollshit. Da war eine Schaufel. Warum war da eine Schaufel? ähm okay gehen wir uns hier drüben lang Dankeschön Wacheke du Penner Dankeschön Dankeschön Wir haben was gekillt Wir haben's geschafft Ich hab zwei Erfolge bekommen ich weiß nur nicht mehr welche weil ich jetzt so geschockt war dass wir's geschafft haben No Damage from Explosions hab ich da sowieso, oder? Hoffentlich Bigger Corps Explosions Das nimm mal Ja Oh scheiße Ah Ratten Noch mehr Ratten Hey Ratte Hey Hier bin ich Bro Hey Bro Okay Die hat noch gelebt auch Ich sag so tot aus Eis anlockt Okay, dann nehmen wir den noch Menü, bitte Leute, hier gibt's den Korb-Modus Auf einem Oh Gott, ich weiß schon, was das erste Couch-Gamer sein wird Siehst du in the dark Teleknesis Machen wir mal Nehmen wir das mal Neh, äh Ah, okay Oh, ist das raus? Ah Okay Ich hab nur fast keine Munition mehr Kommt Hä? Brocken wir's raus? Ne Sieht nicht so aus Hihi Gib mir die Okay Dankeschön Ah, okay Damit kann ich mir Sachen ranziehen Slagern immer auch wieder mit Für den Boss, würde ich sagen Für den Boss Okay, ich kann Nein Ich muss da vorbei, Alter Ich muss Da hinten Ich muss versuchen, hier vorbeizukommen Ich würde das Ding da doch haben Okay Wir können alles schaffen, wenn wir wollen Und an uns glauben Ah Shit Oh, wir werden mehr zwei leben Das ist lobenswert Oh, fuck, jetzt nicht mehr Doch, bald Okay Was ist das? Granaten-Launcher, Alter Fuck you Oh, shit, oh, shit Okay, das lassen wir lieber Na, halt Wir gucken erst mal da unten Ja, das ist dieses Nur so grünes Ding Das hätte ich wieder nicht mitnehmen können, ey Ach, Alter Ah, ich hab die Shels noch mitgenommen Sehr schön Level up Stronger Blablabla More HP in Hammond Und sagen, wir nehmen das da Ein bisschen mehr HP-Troppen Freunde Okay Und da haben wir schon erste HP-Drops Und Abo Oh, nee, nicht der schon wieder Alter, wie viel Damage macht der denn? Okay, der Charakter ist kacke Ich nimm mal einfach den Frosch nochmal Ah, den Frosch ran Ah Ich kann die auch einfach durchwollen Nein Anscheinend nicht Oh, nein, 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 nein Ja, nimm die Nahkampfwaffe, mit der bist du sicher von... vor allem... Nein! Ich will wieder den haben. Der war cool. Der kann BÄM machen. Und die Kiste. Äh, scheiße. Nein! Oh, Schuss reingerannt. Okay, aber ich verbessere mich. Ich verbessere mich. Das kann alles eigentlich nur noch besser werden. Ich mein, echt mal, schissener als ich kann man gar nicht spielen. Ja. Jetzt sind wir im Tactical Force, keine Ahnung, Modus. Das bedeutet, niemand kann uns mehr was anhaben. Außer wir uns selbst. Okay. Alter. Gut, 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 gut. So, Leute. Wie war euer Tag denn? Hm? Hatte ich eine gute Zeit heute? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, euer Tag war voll mit Frohlockungen und so'n Scheiß. Meiner war ganz okay. Okay. Es ist nur eine Schwarm. Und... Ja. Level up! Oh, shit. Kacke Bullet-Hails, die hier immer ankommen. Oh, Gott. Oh, departments und so'n Scheiße. Wooo. Oh, shit. Okay, der muss das so'reken. Oh, das ist so, das ist halt der erste Mal! Was ist denn? Alles klar. Crossbow. Der wird uns weiterhelfen, denke ich. Slower enemy bullets push through all limit number of war. Touching you tick. Damage das Rhythmic spring. Less enemy HP. Das nehme ich wieder. Screwdriver. Weiß nicht, ob der mir wirklich verspringen wird. Fuck, da ist der Typ schon wieder. Was der jetzt schon kommt? Das ist schon Welt 3. Maschinengang. Da kann ich gar nicht mehr anfangen. Das ist natürlich. Das ist nur gut, wenn ich ihn aus den Augen verloren habe. Okay. Oh, fuck. Wie schnell der schießt. Leute. Bullshit. Okay. Aber ich würde sagen, das war es wieder mal für heute. Wir sind, wir haben einmal den Boss gekillt auf jeden Fall. Das ist schon mal ziemlich gut, würde ich sagen. Also ja, bitte. Macht's doch selber besser. Fuck. Das Spiel ist echt schwer. Aber ich freue mich immer, wenn wir ein Stück weiter kommen. Es ist ein gutes Erfolgserlebnis. Würde ich sagen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann natürlich ein Abo und so. Ihr könnt auch beides machen und Kommentare sind immer erlaubt. Manchmal antworte ich sogar drauf, wenn ich gerade Zeit habe. Und ansonsten zieht euch doch auch die Let's Plays von Alcosa rein. Dark Souls, ziemlich lustig. Sonic Adventure ist pausiert. Geht aber bald weiter. Ja, ich habe da meine Quellen, sage ich mal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Nuclear Throne wieder und hoffen, dass wir nicht wieder so abkacken. Ich bin euer Delta K und ciao.